Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Ich habe aufs Creed ein bisschen was gefarmt und ein bisschen was umgeändert in meinem Silo. Das ist jetzt voll mit Schleimkacke und in der heutigen Folge wie wir hier unten sehen schon perfekt. Wir wollen heute Gordo Slimes oder auch wie ich sie nenne Mama Slimes in die Luft jagen gehen. So ihr seht wir haben wieder etwas an Geld. Ich kann euch kurz hier alles zeigen. Hier Schleimkacke ohne Ende, Schleimkacke ohne Ende und Schleimkacke ohne Ende. Jetzt holen wir uns natürlich noch das Essen, was wir für die Gordos brauchen. Das ist einmal das hier. Ja hier ich habe Bohrer aufgestellt. So dann den haben wir schon. Dann haben wir einmal, also ihr habt es gesehen, wir haben einmal den Honig Slime. Dann haben wir einmal, wie wir es hier sehen, ich habe mittlerweile Jägerslimes. Davon habe ich auch das Muttertier entdeckt. Das wollen wir uns natürlich schnappen. Da brauchen wir aber männliche Hühnchen zum verfüttern. Ist aber kein Problem. Denn da können wir unterwegs noch welche sammeln. So und dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüse für einen anderen Slime. So den Rest holen wir uns alles unterwegs. Genau. So wir machen uns auch direkt auf den Weg. Oh das hier ist gut. Gleich so viele. Sehr schön. Ähm, hier haben wir eins, zwei, drei. Gut. Der eine bleibt. Hier holen wir uns noch ein paar Früchte dazu. So den Rest holen wir uns alles unterwegs. Ähm, wo müssen wir hin? Da lang müssen wir. Wir gehen nämlich in die Ecke Moosbeet. Und schauen einfach mal, welchen dritten Slime wir dort noch finden. Unterwegs natürlich auch ein bisschen was einsammeln. Versteht sich von selbst. Ähm, wir gucken mal ganz kurz hier unten. Da ist kein männliches Hühnchen. So, dann holen wir uns die hier hinten. Wenn hier noch welche sind. Ja. Hey. So. Ähm, ja. Wollen wir hier noch irgendwo ein paar Karotten rumflattern? Ne. Schade. Oh, ich muss mal ein bisschen Luft für die Druckwelle einsaugen hier. So. Hey, wieso hört man den einen Slime nicht mehr? Oh, ist der weg? Kann aber nicht sein. Das wäre jetzt so fies, wenn der weg ist. Der war jetzt so lange Zeit da. Na ja. Wir gehen uns erst mal die anderen Slimes besorgen. Irgendwie... Äh. So, der ist platt. Hier haben wir noch ein männliches Hühnchen. Da hinten haben wir auch noch eins. So, da hinten haben wir schon Mama Honig Slime Gordo. Ich hoffe, das was wir haben reicht aus. Nein, das hat nicht gereicht. Das ist fies. Nein, das hat nicht gereicht. Ich brauche noch mehr davon. Aber ihr habt gesehen, Mama Honig Slime wird auf jeden Fall heute gesprengt. Äh, na komm, wir sammeln hier noch stinknormale Hühner ein. Äh, okay. Da hat sich der Schleim versteckt. Äh, das war ein normales Huhn. Das auch. Das war ein normales Huhn. Das auch. Das war ein normales Huhn. Das auch. Oh. Ach, das ist ein Stein Hühnchen. Okay. Mich verwundert das aber. Jetzt sieht denn da oben mal ein richtig cooler Party Slime. Der ist weg. Schade. Dann könnte man auch eigentlich Mama Honig Slime mit den anderen Früchten zum Platzen bringen. Wenn der Party Slime nicht mehr da ist. Das wäre jetzt noch eine Option. So. Die sind alle weg. Äh, da. Ne. Vier war das. Genau. So. Der ist voll. Oh. Wir haben einen Schlüssel. Sehr schön. Oh. 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 her auf einmal. Naja, egal. Honigslimes haben wir genug. Jetzt haben wir nur das Problem. Ja. Ich hab meine paar Hühnchen verschossen. Da der Partyslime ja nicht mehr da ist, werden wir jetzt die Karotten hier weghauen. Wir brauchen noch ein paar Hühnchen. Mit 16 Stück kommen wir leider nicht weit. So, davon haben wir genug. So, ich weiß, dass hier hinten auch noch ein paar Hühnchen rumschwören. So, hier hinten die noch. Ey. Das sind ja gar nicht die, die ich will. Schweinerei. Da ist noch jeder... Jägerslime. Habt ihr das jetzt ernsthaft gefressen vor meiner Nase? Das ist ein Scheißvieh. Mist. Wo denn? So. Die sind erst einmal down. Ähm. Ja. Kein unsichtbarer... Oh, du... Ja gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg mit den paar Hühnchen, die wir haben. Ich hoffe, wir finden noch ein paar. Aber wir haben einen Schlüssel. Das heißt, wir können das nächste Türchen öffnen. Das ist die Hauptsache. Wir haben hier Gestrüpphühner. Komm hoch. Hey, hört doch mal auf. So. Hört doch mal auf. Ich will nicht sterben. Schade, hat nicht gereicht. Müssen wir uns mal ein paar Hühnchen besorgen. Kommen hier drüben noch welche? Ich glaube schon. Sind zwar nur stinknormale, aber das reicht aus. Äh, das war weg. So, haben wir hier noch was? Ne. Äh, einmal hier hoch. Gut. Und auf zum Mama-Jäger-Slime, würde ich sagen. Wenn ich Ausdauer habe. Ach, wie ich das liebe, wenn die Ausdauer weg ist. Müll, lass mich hoch. Scheiße. Äh, hallo? Da. Noch einer. Noch einer. Mein... Nee. Oh, jetzt kommt die auch noch wieder. Jetzt. So, was haben wir denn hier? Uröl. Interessant. Interessant. Äh, da haben wir irgendwas, das... Äh, ja. Honig können wir ganz leicht selbst machen. Was? Geh weg. Sag doch mal, hier. Wo ist jetzt... Ja. Sumpfwachs. Okay, das haben wir auch noch nicht. Aber wir haben wieder neue Jägersleif. Das gefällt mir. Äh, das brauchen wir nicht mehr. Äh, stopp mal. Von da drüben bin ich gekommen. So. Ja, gut. Wir haben uns ein paar neue Jägersleifens besorgt. Wir haben zwei Gordos zum Platzen gebracht. Was will ich mehr? Schade ist, dass der Partyslime nicht mehr da ist. Aber das lässt sich leider Gottes nicht ändern. So, ich beende jetzt aber die Folge hier. Und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ihr da lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye, bye. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Bis dahin, 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 bis dahin bis dahin, bis dahin 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 bis Vielen Dank.